Hitler schürte jahrelang den Antisemitismus. Seit seiner Machtergreifung 1933 wurden jüdische Geschäfte boykottiert. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 mündete der Hass auf die Juden in der sogenannten Reichspogrom, auch Reichskristallnacht. Auslöser war die Ermordung eines deutschen Diplomaten durch den Juden Herschel-Grünspahn. Tatsächlich waren die Novemberpogrome eine Maßnahme zur Vertreibung und Vernichtung der Juden. Über 1000 jüdische Geschäfte, Wohnungen und Synagogen wurden zerstört und angezündet. Hitler stellte die Juden als Feind da und gab ihnen die Schuld an der Niederlage des Ersten Weltkrieges und der folgenden Arbeitslosigkeit. Aus diesem Grund wurden die Juden vertrieben, enteignet, verfolgt und ermordet. Meine Eltern waren Juden, sehr bewusste Juden. Also sie hatten ein sehr starkes Zusammengehörigkeitsgefühl, Solidarität mit der jüdischen Gemeinde. Aber sie waren liberale Juden, aber sie waren, und sie sind auch nicht sehr oft, sie sind eigentlich nur zu den Hauptfeiertagen, also zwei oder dreimal im Jahr in den Tempel gegangen. Wir haben zu Hause, haben wir das Pesach gefeiert, also den Sedanabend, haben wir zu Hause gefeiert. Chanukka, also das jüdische Weihnachtsfest, haben wir zu Hause gefeiert. Am Versöhnungstag sind wir in die Synagogen gegangen und auch zum jüdischen Neujahr. Aber das war eigentlich alles. Und Weihnachten? Das christliche Weihnachten? Das haben wir auch gefeiert. Das haben wir auch gefeiert. Und der Knecht Ruprecht am 6. Dezember hat uns auch manchmal Besuch mit seinem Sack und uns gedroht, dass er, wenn wir ungezogen wären, dann würden wir uns in den Sack stecken würden und wegnehmen. In meiner Schule, da waren ja, eben in meiner Klasse zum Beispiel, waren drei jüdische Mitschülerinnen. Und die hatten keine Religion mit, sondern hatten dann eine Freistunde. Also die haben wir nicht verachtet, die haben wir beneidet, dass die nicht diese langweilige Religionsstunde haben mussten, sondern dass die schon Schularbeiten machen konnten. Das Stück Schlankreihe. Da wohnten so viele Juden und es wohnten immer weniger. Wir haben sie immer gesehen, wenn sie mit ihren Teppichen zur Synagoge gehen. Das war ja auch nicht weit. Also wir haben das jüdische Leben vorher natürlich unbewusst erlebt. Alles, was sie anders machten als wir. Aber sie machten es eben anders. Das war für uns ja kein Problem. Aber hinterher haben wir gesagt, warum sind sie weg? Und wohin sind sie gekommen? Wir wissen von der Bahnfelder Kirchengemeinde, die ein Protokoll vorliegen hat, dass der Kirchengemeinderat bei dem Juden Simon Sohn, also auch die nicht mehr bedient werden wollte. Also auch die Kirchengemeinde, für die Kirche. Das waren ja auch unsere Kunden. Er war ja ein, wie man sagt, ein geradezu überassimilierter Jude, der Deutscher sein wollte als Deutsch, der, wie Tuchowski sagen würde, am liebsten rechts von sich selbst gestanden hätte. Er gehörte also zu dieser Kategorie, der natürlich auch meinen Kampf nicht gelesen hatte. Ich damals natürlich auch noch nicht. Und das alles unterschätzt hat. Also entscheidend muss ich sagen, wenn ich die ganze Geschichte der Juden verfolge oder wie man die Juden immer weiter in die Enge drängte. Das war zwar so ein bisschen ein Auslöser, dass die Nazis also anfingen an einem ganz bestimmten Tag, ganz bestimmten Abend, ich weiß den Tag heute nicht mehr, anfingen die Geschäfte in der Innenstadt, überhaupt in Hamburg, da wo Juden waren, zu beschmieren mit der Schrift Jude und dann die Scheiben einschlugen. Das war die sogenannte Pogromnacht oder Reichskristallnacht. Die haben wir erlebt. Da sind wir jetzt Jungs gewesen, waren wir schon 17, 18 sowas, sind wir in die Stadt zum großen Busch dahin marschiert, wollten in der Innenstadt ein bisschen mal erleben, wie das so vor sich geht. Da war auch in einem Geschäft, in einem großen Busch da, waren also auch Nazis, die da die Scheibe beschmiert hatten, dann die Scheibe einschlugen. Und darum waren vielleicht so 10, 20 Zuschauer. Aber alle standen da und guckten stumm zu, was da so passierte. Und wenn ich noch so recht erinnere, ich war mit einem Freund da, auch wir guckten da so hin. Tja, es rührte sich gar nicht. Die SA pöbelten da rum. Und dann stand da auch daneben ein Schutzmann, ein Polizist. Ich hab den angeguckt. Der musste doch eigentlich hier eingreifen, hier wird doch was zerstört. Das ist doch gar üblich. Der griff gar nicht an. Der guckte da hin, als wenn ihn das gar nicht interessierte. Das war die Reißkristallnacht. Da waren die Polizisten schon so vorprogrammiert, dass die von oben wohl eine Order hatten. Lass die laufen. Lass die machen, was die wollen. Die sind im Moment wohl unsere Leute hier. Also das war Reißkristallnacht. Aber das war diese Kristallnacht, diese Pogromnacht, wie sie ja wirklich für Hamburg typisch war. Alles geplündert, alles kurz und klein geschah. Meine Eltern wussten eigentlich sofort, dass es für ihre Kinder in Deutschland keine Zukunft gäbe. Also das wussten sie. Ich nehme an, dass er sich meinen Kampf angesehen hat. Er hat wahrscheinlich auch manchmal den Stürmer und die Nazi-Propaganda gelesen, aber nicht durchgelesen, aber er wusste. Also wie schlimm es werden würde, hat er nicht gewusst. Also sie wussten, dass für die Kinder, für uns, mich und meine zwei Geschwister, es in Deutschland oder Hitler nicht keine Zukunft gäbe. Aber für sich selbst hofften sie, dass sie dort selbst bleiben könnten. Wir wurden ja in der Schule indoktriniert und da hieß es ja immer, der Juden ist der Feind. Und zwei Juden saßen auf einer Bank, der eine roch, der andere stand. Solche schrecklichen Sachen sollten wir mal sagen. Und ich habe eigentlich, wir haben nur wenig Kontakt gehabt und die Juden, die wir hatten, also mit denen hatten wir einen guten Kontakt. Und zwar, ich habe ja in meinem Buch auch geschrieben, dass ich Laufjunge war in einer Apotheke und musste Medikamente irgendwo überall hinbringen und auch in die Jonsallee, wo ein jüdisches Krankenhaus war. Dass es ein jüdisches Krankenhaus war, wusste ich vorher überhaupt nicht. Nur als ich dann eines Tages kam, waren die ganzen Ärzte und Schwestern, alles Erdrette, nette, freundliche Leute, hatten alle Judenstern. Und da habe ich fürchterlich einen Riss gekriegt. Denn ich persönlich wollte ja Hitler-treu sein. Und Hitler-Jungen, die alle auch. Und da habe ich den ersten Riss gekriegt. Da habe ich gesagt, das kann ich an den Juden unter Unglück und Viehzeug und sowas alles. Und diese netten, freundlichen Leute, die uns auch immer an der Rezeption mir immer Propons gegeben haben und so. Das können keine unteren Menschen sein. 1941 wurde der Judenstern eingeführt. Da musste er noch gearbeitet haben. Und der kam, da war ich also zehn Jahre alt, kam von der Arbeit nach Hause mit seiner Aktentasche und hielt die Aktentasche, den Judenstern, verdeckt. Das war ja nun auch nicht richtig. Und ich stehe auf der anderen Straßenseite und sehe das und sehe den Mann. Und in dem Moment habe ich gedacht, also das ist ja ein Erwachsener. Und Erwachsenen muss man mit Respekt behandeln. Das war mir ja eingebläut worden. Aber bei dem kann ich mir ja was erlauben. Und dann habe ich einen Spottvers rübergerufen. Itzig, itzig Judenschwein, fing der an. Ich weiß, wie der weiter ging, weiß ich nicht mehr. Will ich auch gar nicht mehr wissen. Und in dem Moment spüre ich eine Hand im Nacken. Das war der Sohn von unserem Hauswirt. Der muss damals vielleicht so 14, 15 gewesen sein. Und er zischt mir ins Ohr. Das musst du nicht tun. Das sind doch auch Menschen. Ich habe mich in meinem ganzen Leben nie so geschämt wie in diesem Augenblick. Und diese Scham werde ich zeitlebens nicht los. Das war die Scham. Sohn von unserem Hauswirt Und wir werden das, was wir die Scham. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020